Wir haben im Alltag immer mit vielen PDFs zu tun. Das können Gesetzestexte sein, Tarifverträge, irgendwelche neuen Verordnungen oder Richtlinien. Und wir müssen in diesen PDF-Dateien meistens immer nur ein paar bestimmte Punkte als Infos haben. Wir brauchen nicht die ganze Datei lesen, aber die Dateien haben dann 10 Seiten, 20 Seiten, teilweise mehrere 100. In diesem Video möchte ich dir ein kurzes Tool zeigen, was kostenlos ist. Das ist pdf.ai, das siehst du schon auf dem Bildschirm, wo du dir PDFs zusammenfassen lassen kannst, wo du PDFs quasi befragen kannst oder chatten kannst mit PDFs, um schnell an Informationen zu kommen. Das heißt, ich habe dir den Link jetzt nochmal eingeblendet. Wenn du das Tool haben möchtest, kannst du einfach auf der Webseite auf Get Started klicken, legst dir ein Konto an. Ich habe in diesem Fall mein Google-Konto verknüpft, aber du kannst auch mit einer E-Mail dich ganz normal anmelden. Und dann kannst du da PDF-Dateien hochladen, die du befragen willst. Ich habe hier schon mal eine Demo vorbereitet. Wir machen jetzt aber ein neues Dokument. Und zwar kann man dann einfach auf Upload klicken. Ich kann in dem Kostenlosen immer nur ein Dokument haben. Also müssen wir das jetzt nochmal kurz löschen. Das ist aber für den Alltag in der Regel ausreichend. Das heißt, ich klicke hier jetzt auf Select a Document, kann mir hier ein Dokument hochladen. In diesem Fall ist das ein Dokument zu Entgeltstrukturen im Bauhauptgewerbe. Das wird mir dann hier angezeigt. Das heißt, es ist aus der Senatsverwaltung Berlin. Bauhauptgewerbe, Entgeltgeträge gültig ab dem 1. April 2023. Das heißt, als Arbeitnehmerüberlasser oder sowas ist sowas unfassbar wichtig. Und ich kann hier jetzt zum Beispiel sagen, fasse mir das Dokument zusammen. Auch wenn hier alles auf Englisch ist, PDF-AI funktioniert auch auf Deutsch. Das heißt, hier ist ganz grob zusammengefasst, was steht in diesem Dokument. Und dann die jeweiligen Seiten als Referenz auch noch verlinkt. Das heißt, wenn ich mir hier jetzt ein Beispiel raussuchen möchte und ich möchte die Entgeltgruppen der Angestellten und Polierer im Bauhauptgewerbe haben, kann ich ihm sagen, gib mir eine Übersicht über die Entgeltgruppen der Angestellten im Bauhauptgewerbe. Aber ich lasse jetzt bewusst die Polierer einmal raus. Wie hoch sind die Monatsgehälter? Und dann brauche ich mich nicht mehr durch dieses Dokument suchen und die richtige Seite finden, sondern wenn ich weiß, ich suche nach den Entgeltgehältern oder Entgeltgruppen der Angestellten, dann sehe ich hier automatisch vorgegeben, was passiert. Wie hoch ist das Entgelt für Poliere? Mal ein zweites Beispiel. Und dann sagt er mir hier auch, das Entgelt für Poliere beträgt ab dem 1. April 2023 zwischen 2456 zu R65 und 6976. Und verlinke mir hier die richtige Seite, wo ich dann entsprechend hier oben den Monatslohn habe und dann die ganzen anderen Infos auch noch dazu finden kann. Also das ist wie gesagt PDF AI, ein super spannendes Tool, kann euch viel Zeit sparen und der Link ist unter dem Video, ist in der E-Mail und ich blende ihn hier unten auch nochmal ein. Einen guten Start in die Woche wünsche ich dir.